Wir haben Post von der Firma Umarex bekommen und zwar ein paar sehr, sehr schöne IWA-Neuheiten und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und schauen uns hier in diesen kleinen GSP-Guncheck-Videos mal heute die GHK-Glock mit dem Aluminium-Slide an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Fangen wir den GSP-Guncheck wie jedes andere Video auch erstmal grundsätzlich mit dem Lieferumfang an. Ja, neben der GHK Glock und dem im Lieferumfang enthaltenen Magazin bekommt ihr das Ganze in diesem Karton. Ist ein typischer Glock-Karton, ist jetzt von außen nicht unbedingt zu erkennen, dass dieses Modell hier direkt von GHK kommt. Unterscheidet sich also zu den Standard-Kartons, die ihr sonst immer bekommen habt, nicht. Im Inneren unterscheidet sich ein bisschen. Die Waffe ist einmal standardmäßig in Folie eingepackt. Wir haben hier Schaumstoff, was sonst nicht der Fall ist und der Lieferumfang unterscheidet sich hier nochmal in dem Speedloader, der einfach mit dabei ist. Der ist nämlich sonst nicht Teil des Lieferumfangs. Das ist ein Speedloader, der speziell für GHK-Waffen gebaut worden ist und speziell eben auch für dieses Magazin, welches wir hier einmal im Lieferumfang enthalten haben, passen soll. Das heißt, ihr könnt das Ganze hier einfach oben aufsetzen und eure Magazin einfach beladen. Dann bekommt ihr noch eine kleine Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung von Umarex. Das sind nochmal so die wichtigsten Sachen. Einmal erklärt, wie man hier Gas einzufüllen hat, wie man die Waffe schussbereit macht, wie man das Hop-Up einstellt und so weiter und sofort. Das ist hier einmal drin erklärt. Und dann gibt es natürlich noch einen kleinen Maintenance-Guide. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Waffe richtig pflegt, findet ihr hier drinnen nochmal alles Wichtige erklärt. Der ist relativ allgemein gehalten, also allgemein für Airsoft-Waffen geschrieben. Ist jetzt also nicht speziell auf die Glock bezogen. Ja, dann checken wir doch das gute Stück einmal aus und schwatschen hier von vorn nach hinten einmal über die Waffe. Zunächst einmal, wir haben hier eine Glock 17 Generation 3. Das ist also schon eine Glock, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Sie ist nicht gerade die neueste Glock auf dem Markt. Aktuell sind wir, ich glaube, in der Generation 5. Und wie man es zum Beispiel auch von den VfC-Glocks kennt. Und GHK soll wohl auch mit dem Laufe der Zeit irgendwann mal die Generation 5 Pistolen auf den Markt bringen. Leider sind jetzt in Deutschland noch keine weiter gelistet oder es kommen aktuell keine her. Dementsprechend müssen wir uns erstmal mit den Generation 3 Modellen zufrieden geben. Der Unterschied ist dabei nur das scharfe Vorbild im Grunde genommen, nicht jetzt irgendwie eine Verbesserung. Also ihr müsst euch das so vorstellen. GHK und Umarex haben eben gesagt, okay, die Glock 17 Generation 3 wollen wir eben nachbauen, so wie sie damals als Vorbild eben mal auf den Markt gekommen ist. Die Generation 5 wiederum zeigt einfach nur ein paar mehr Vorteile, sage ich jetzt mal. Aber technisch sind die Waffen dann trotzdem ziemlich ähnlich. Also darin unterscheiden sie sich seltenst. Ja, gehen wir von vorn nach hinten einmal durch. Wir haben hier ganz vorne einmal unsere Mündung. Die schaut hier noch so ein kleines Stückchen raus von unserem Aluminiumlauf. Alles soweit in Ordnung. Wir haben keinen Thread vorhanden, also ihr könnt hier keine Schaltung von Tracer anbringen. Hier gibt es allerdings auf dem Aftermarket-Bereich einige Ersatz-Außenläufe, damit ihr dort entsprechend auch einen Tracer montieren könnt, wenn ihr das denn eben wollt. Und das Slide ebenfalls vollständig jetzt aus Aluminium-CNC gefertigt. Nicht so wie die Vorgänger-GHK-Version, die hatte noch einen Steelslide. Allerdings hatte der Steelslide nicht nur Vorteile, sondern eben auch Nachteile. Und der größte, in Anführungsstrichen, Nachteil bei dem Steelslide ist eben einfach der Preis. Die Steelslide-Version kostet mal eben 400€ und diese Version hier soll 300€ kosten. Auf dem Slide finden wir natürlich überall Markings. Glock steht natürlich drauf. Die Modellserie steht drauf. Ausführer 9x19. Und das finden wir hier einmal komplett ringsrum. Das heißt, wenn ihr Sammler seid, dann dürftet ihr euch hier definitiv freuen. Da wurde auf Detailgetreue geachtet. Selbige Markings finden wir natürlich auch auf dem Griffstück einmal vor. Genauso wie wir die auch auf dem Magazinboden vorfinden, sind alle Markings, die auch bei dem Originalvorbild einmal drauf sind, vorhanden. Die sozusagen nicht betiteln, dass das eine scharfe Waffe ist. Also hier sind die wichtigsten Markings einmal drauf. Das Griffstück selbst ist aus Polymer gefertigt, hat eine sehr schöne Texturierung. Und typisch für die Generation 3 Version haben wir hier diese Fingermulden. Das heißt, dort liegen eure Finger dann drin. Jede einzelne Fingermulde hat ebenfalls nochmal zusätzlich hier diese Rillen, diese Strukturierung drin, damit ihr den besseren Grip habt. Müsst allerdings bedenken, dass wenn ihr die Waffe so haltet, also ich persönlich finde solche Fingerrillen immer ein bisschen störend. Sie sind nicht ganz mein Geschmack, aber sie erfüllen natürlich ihren Zweck. Die Waffe hat natürlich auch ein paar Bedienelemente. Diese sind allerdings nur einseitig bedienbar. Das war bei der Generation 3 so. Die Generation 5 wiederum lässt sich von mehreren Seiten bedienen. Da haben wir zunächst einmal den Magazin aus Worf. Ich habe gerade das Magazin einmal rausgenommen. Der befindet sich auf der linken Seite, ist relativ klein. Darüber könnt ihr das Magazin rausnehmen und ihr seht auch schon, das Magazin fällt frei aus der Waffe. Also das passt auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir unseren Verschlussfang. Dazu lebe ich nochmal ein leeres Magazin ein. Der befindet sich ebenfalls auf der linken Seite und lässt sich ganz einfach betätigen. Das funktioniert einwandfrei. Eine Sicherung hat die Waffe in diesem Fall nicht. Das ist typisch für Glockenmodelle. Diese haben hier diese kleine Abzugssicherung. Das heißt, ihr habt in der Mitte dieses Zünglein. Wenn ihr dieses Zünglein nicht mitdrückt, dann könnt ihr den Abzug nicht betätigen. Also da ein bisschen drauf aufpassen. Das ist ein bisschen Übungssache, dass man das wirklich immer sehr zuverlässig hinbekommt. Aber ja, nach ein, zwei Mal schießen hat man das soweit drauf. Ja, wenn wir zum Schießen kommen. Das ist eine Glock, die aufgebaut worden ist wie das scharfe Vorbild. Und da wurde wirklich so nah wie möglich ans scharfe Vorbild eben rangegangen. Das heißt, intern ist die Waffe so aufgebaut, wie als würde man eine scharfe Airsoft, eine scharfe Waffe in der Hand halten kann, keine scharfe Airsoft. Das heißt, ihr drückt mit dem Abzug direkt hinten auf euer Auslassventil, was ja sonst nicht der Fall ist. Dadurch habt ihr hier ein sehr, sehr hohes Abzugsgewicht und müsst ein paar Dinge beachten. Zunächst einmal füllen wir hier Gas ein. Dazu müsst ihr hier an den Magazinboden diesen kleinen Pin reindrücken. Dann könnt ihr den Magazinboden nach vorne slideen. Das mache ich einmal. So, der Magazinboden ist unten einmal gelöst. So, den kann man jetzt hier so ein Stückchen nach vorne slideen. Ich verwende jetzt hier das Elite Force Heavy Gas. Das hat 150 oder kann bis zu maximal 150 PSI erreichen. Das sollte eigentlich perfekt sein. Auch das hatte ich bei den Nimrod Flaschen damals auch. Wir füllen einfach mal ein bisschen Gas ein. Gas ist einmal eingefüllt. Die Flasche kann also wieder weg. Wir haben keine Kugeln drin, durchgeladen ist. Waffe ist feuerbereit und jetzt drücke ich den Abzug einmal sehr, sehr langsam. haben. Das ist schwierig. Also es ist sehr schwierig zu simulieren. Ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen weniger Gas drauf haben. Dann geht das ein bisschen besser. Was passiert dann? Wenn ihr den Abzug sehr, sehr langsam drückt, strömt langsam Gas raus. Und das Gas, was langsam rausströmt, beschleunigt eure Kugel schon ein bisschen. Und gegebenenfalls verliert ihr dadurch die Hopperbeleistung. Und die Waffe schießt überhaupt nicht gut. Ihr solltet euch also bei der GHK Glock, das war auch bei der Steelslide Version schon so, wirklich im Klaren sein, wann ihr wirklich schießen wollt. Und dann solltet ihr zuverlässig den Abzug einmal bis zu dem Druckpunkt bringen. Den spürt man wirklich sehr deutlich. Und von dort aus wirklich einmal ordentlich kräftig den Schuss lösen. Kommen wir zu den Magazinen. Ja, das Magazin ist kein Standard Glock-Magazin, wie man es von den VfC-Glocks kennt, sondern ist ein eigens für GHK gebautes Glock-Magazin. Das heißt, ihr könnt hier keine VfC-Magazine verwenden und umgedreht geht es auch nicht. Die GHK-Magazine passen also nicht in die VfC-Glocks und umgedreht. Besonderheit bei dem Magazin, wir haben vorne keine BB-Standsanzeige. Dadurch erhöht GHK hier nochmal den Realismusfaktor deutlich nach oben. Was hier allerdings schon auffällt, wir haben die beidseitige Fräsung. So, was bedeutet denn diese beidseitige Fräsung? Das System ist dafür ausgelegt, auf beiden Seiten einen Magazinfang aufnehmen zu können. Das ist einfach der Hintergrund, dass diese Magazine früher oder später auch in der Generation 5 genutzt werden können. Ja, hinten haben wir ein sehr, sehr großes Auslassventil bzw. ein Auslassventilknopf. Das passt soweit. Alle Markings natürlich hier drauf vorhanden. Optisch sehr, sehr hübsches Magazin. Unglaublich leicht gegenüber dem VfC-Magazin ist das hier wirklich ein sehr, sehr krass leichtes Gerät. Von Umerings wurde mir ebenfalls mitgeteilt, dass es für die Glocks dann auch bald CO2-Magazine geben wird. Auch das ist eine Neuerung, die auf der IWA aber nicht direkt vorgestellt worden ist, sondern erst auf den Markt kommt, wenn auch diese wundervollen Pistolen dann verfügbar sind. Also vermutlich zu Release dieses Videos kommen dann auch die CO2-Magazine mit auf den Markt. Damit habt ihr ein bisschen mehr Bums. Und apropos Bums, ich würde sagen, wir kronen das gute Stück mal und nehmen sie mal mit auf die Shooting Range. 1 2 3 4 5 3 Schießen wir jetzt die GHK Glock mit dem Aluminium Slide auf 15 Meter roundabout und schauen mal, was die Gute so schafft. Wir haben 0,32er BBs drin und ganz normales Umarex Gas mit den 150 PSI. Ich würde sagen, legen wir los. Okay, also 15 Meter, sind wir ehrlich, ist zwar die typische Pistolendistanz, aber natürlich für eine High-End Airsoft absolut kein Problem. Was bei der GHK natürlich sehr speziell ist, ist einmal das Thema Abzug. Ihr drückt hier nicht wie bei den VfC Glocks über ein Hammersystem auf das Ventil hinten einmal drauf, sondern habt hier direkt den Druck auf dem Magazinauslass hinten drauf. Ergo achtet darauf, wenn ihr schießt, wirklich sauber und satt durchzudrücken. Das Abzugsgewicht ist im Übrigen sehr, sehr hoch, dementsprechend trainingsmäßig nicht schlecht. Ich würde sagen, wir geben nochmal die letzten paar Schuss raus. Na, okay. War nur noch einer drin, aber ansonsten macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß. Rückstoß ist sehr, sehr angenehm. Ungefähr so stark wie bei den VfC-Waffen, nicht so stark natürlich wie bei der Stahlschlitten-Version. Gut, ich gebe wieder zurück ins Studio. Haken wir nun den Krone- und Entschusstest ab. Ja, was gibt es noch abschließend zu dieser Glock von GHK zu sagen? Ja, wer ein sehr hochwertiges Waffenmodell sucht, was vor Realismus eigentlich fast nur so strotzt, der sollte definitiv zur GHK-Glock greifen, aber meines Erachtens nach eher zu der Stahl-Version. Denn die ist nochmal ein Ticken realistischer. Wer vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat oder sagt, boah, 400 Euro für eine Pistole sind mir eindeutig zu viel, der kann sicherlich auf die Aluminium-Version definitiv zurückgreifen. Qualitativ definitiv in keinen Punkten wirklich schlechter, ein gutes Eckchen günstiger und trotzdem gut und einfach spielbar. Was ihr bedenken müsst, es ist eine Backup, das heißt, auf 15 Meter sollte sie eine gute Performance abliefern. Das macht diese Pistole, darauf kann man diese auf jeden Fall einsetzen. Alles, was drüber möglich ist, ist natürlich gut, aber ja, muss nicht unbedingt sein. Ich freue mich schon drauf, wenn dann die CO2-Magazine endlich auf den Markt kommen, denn dann, denke ich, ist diese Pistole nochmal ein ganzes Stückchen konkurrenzfähiger zu den VFC-Glocks. Und was mich natürlich sehr, sehr interessiert, wann kommen die Generation 5-Modelle? Kommen vielleicht eine neue 10X, eine 45er und so weiter und so fort und lösen damit komplett VFC einmal ab? Man weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich denke mal, spätestens nächstes Jahr zur IWA werden wir dann die 17 Generation 5 sehen, vielleicht auch noch andere Modelle. Bis dahin bleibt am Ball. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung zu der GHK-Glock mit dem Aluminium-CNC-Slide hier in die Kommentare schreiben und ob euch so viel Geld eine Backup-Pistole wert wäre oder wie gesagt, so viel gebe ich niemals aus. Ja, das war's und ich melde mich damit ab. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom. Ciao.